Moin Leute, heute stellen wir uns der Beat the Ungeheuer Challenge von Ungespielt. Das bedeutet eine Runde von One in the Chamber. Allerdings benötigt man 18 oder mehr Kills, um das Ganze sozusagen abzuschließen. Und übrigens nicht wundern, das Kunstwerk hinter mir dient lediglich dazu, dass ich nicht jedes Mal am Anfang Beat the Ungeheuer in Chat eintippen muss. Denn ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß wie gut ich normalerweise in One in the Chamber bin. Und ja, ich werde auf jeden Fall mehrere Aufnahmen benötigen, um dann die letztlich erforderten 18 Kills zu bekommen, wenn ich das überhaupt schaffe. Also lasst euch einfach mal überraschen. Ansonsten seht ihr hier gleich einen 18-Gameplay. Aber na gut, ich würde mal sagen, jetzt geht's los. Viel Spaß. So Leute, in ein paar Sekunden wird es dann auch letztlich ernst. 18 Kills müssen wir letztlich überbieten oder gleichziehen. Und in die Region von Fabo will ich jetzt gar nicht, von dem Thema möchte ich gar nicht anfangen. Der hat nämlich bereits ein Gameplay hochgeladen mit 22 Kills. Ähm, das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass wir jemals das packen werden. Dementsprechend 18, das klingt wesentlich realistischer als 22. Oh, geil. Aber na gut, dazu müssen wir jetzt den Grundstein legen. Das haben wir ja auch fast verkackt, den Grundstein. Denn ich hatte noch das Holzschwert ausgewählt. Jawohl. Oh, wir sind mir ein bisschen zu weit weg. Dafür reicht das Aim nicht. Gehen da mal ein bisschen näher dran. So, und dann schießen wir. Das ist doch wesentlich besser. So, was haben wir da hinten noch so? Im Angebot. Gibt's hier etwa Gehacktes. Jo. Na, Geschnetzeltes. Jawohl, auch Geschnetzeltes gibt es heute. Alles im Angebot. Ähm, ist hier noch irgendjemand? Ne, da müssen wir mal kurz... Ähm, sofern wir es überhaupt schaffen, hier die Stufen hochzugehen. Ne, das ist mir zu riskant. Da will ich jetzt wirklich den Pfeil nicht verschwenden. Äh, oh Gott. Stattdessen habe ich ihn hier verschwendet. Oh, wer ist denn da? FK? So, komm schon. Geht out. Nein. 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 Wow. Komm schon. Jawohl. Das war doch auch noch ganz nice, auch wenn der Typ gerade spawnt ist. Ist immer... Wow. Bleibst du bloß weg. So, was haben wir denn hier vorne? Gibt es hier nochmal Gehacktes? Joa. Nochmal Gehacktes. Jawohl. Ja, komm schon. Perfekto. Was haben wir denn heute noch im Angebot? Gewinne, 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 gewinne. Nein. Okay, komm schon. Wir haben zwar nicht mehr so viel HP, aber vielleicht schaffen wir es trotzdem, den zu knuspern. Jawohl. Haben wir jetzt wieder ein Herzchen dazubekommen. Ein Herzen. Ein Kill. So, drei fehlen uns noch. Haben auch noch drei Leben, das ist gar nicht schlecht. Aber das Ganze kann immer schnell zu Ende sein. Oh Mist, einer hat wieder ein Pfeil dazubekommen. Und so viele Leute leben hier leider auch nicht mehr. Wow, der hat jetzt... Hatte der zwei Pfeile? Lauf nicht weg. Jawohl. Wieder ein Treffer. So, ein Treffer fehlt uns noch. Komm schon, wenigstens den Kill noch. Jawohl. Und da sind doch die 18. Nice. Endlich haben wir es auch mal geschafft. Nach gefühlten sieben Stunden. Vielleicht können wir da noch mehr draus machen. Jawohl. Und da sind die 19. So, was haben wir denn noch hier, Feines? Lebt hier überhaupt noch jemand? Ich sehe hier niemanden. Hallo? Meine Damen und Herren. Aus der... Ach, da vorne. Hat der noch einen Pfeil? Ähm. Jawohl. Und da haben wir es doch. Ich glaube, 20 waren es letztlich. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein mit meinem Versuch von Beat the Ungeheuer. Haut rein und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.